Das Parfum können wir verkaufen. Das typische Rohde, das typische Rohde. Wir haben ein paar Leute, die noch brauchen. Das ist die Eidekal. Und was kaufst du dann? Kleider, Westen, T-Shirts. Hast du vorher schon geschaut, was es gibt? Ja, im Online-Store. Der ist ja nämlich auf Deutsch. Und da habe ich schon geschaut, ob es sich vorher sortiert, was ich unbedingt kann. Ich glaube mir, das ist mir gefallen. Das weiß ich heute seit der Preis nicht. Wahrscheinlich eine Weste oder ein Pullover oder so. Ja, wahrscheinlich. Ich glaube nicht, bis zum nächsten Mal. Bist du bist. Ich weiß nicht. Ich bin schon immer wieder aus. Das ist gut. Ich bin schon immer wieder auf. Ich bin einfach nicht. Vielen Dank.